Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Collection-Update. Wir wollen uns nämlich zusammen einmal angucken, was ich die letzte Woche so an Sammelzeug abgehakt habe, anhand von einem Add-on und zwar hier All Those Things. Und ich habe natürlich auch wieder fleißig die Tabelle ein wenig weiter geführt. Und ihr seht schon, ein bisschen was habe ich schon ausgefüllt. Und da wollen wir uns jetzt mal ein paar Sachen durchgucken. Letzte Woche habe ich ein bisschen weiter gefarmt, hier bei den Dungeons und Schlachtzügen. War jetzt nicht ganz so erfolgreich, also wir haben jetzt nicht 10.000 Items hier rausgekriegt, aber wir haben ein paar seltener Items rausgekriegt und damit möchte ich gleich mal anfangen. Und zwar habe ich hier aus den Classic-Dungeons, da sind ja einige Zonendrops drin, da war ich halbwegs fleißig und habe mir auf verschiedensten Servern ein paar zusammengekauft. Ihr seht, es sind ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, letzte Woche waren da noch drei, vier mehr drin. Und zwar sind es ja immer hier Zonendrops, die mehrere hunderttausend Gold kosten. Und das eine oder andere habe ich bekommen. Und da ist, glaube ich, Stradholm einmal rausgeflogen. Und hier bei Red of the Lich King haben wir Asiol Narub einmal rausbekommen. Da ist ja auch so eine Hose, war das, glaube ich, die man nur von zwei Mobs aus der ganzen Instanz im HC bekommen konnte. Also richtig scheiße zu farmen. Und die habe ich tatsächlich auf dem anderen Server halbwegs günstig gefunden. Also nicht für eine halbe Million, wie es sonst immer im Durchschnitt drin ist, sondern für ein bisschen weniger. Wenn euch das interessiert, für was ich die insgesamt gekauft habe, ich habe da so ein Waste of Money Video gemacht. Da zeige ich die ganzen einzelnen Items. Und ja, da haben wir auch noch ein bisschen mehr gekauft. Also nicht nur diese Classic Sachen, sondern auch ein paar andere Items, die nicht mehr im Spiel sind. Die jetzt hier im All the Things quasi gar nicht aufgelistet werden. Genau. Also da haben wir ein bisschen was rausgekriegt. Und da möchte ich jetzt auch in nächster Zeit ein paar mehr kaufen. Dann seht ihr, in Red of the Lich King fehlt mir jetzt tatsächlich nur noch Valitra, dieses Ochsenherz. Wir haben aus der Prüfung des Kreuzfahrers, glaube ich, noch was bekommen gehabt. Und aus dem Rubin-Sanktum. Und halt dann dementsprechend, das ist eine aus Asiol Narub. Ich glaube, ich bin mit jedem Char, der Valitra hochheilen kann und zugleich einen Zweienstrahlkolben tragen kann, letzte Woche Valitra gewesen, ohne besonderes Glück. Ich habe irgendwie 20 Mal den Bogen bekommen, den sie droppen kann, den ich leider nicht erlernen kann mit den Klassen. Aber naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich diese Woche den Kolben. Dann haben wir auch noch Ausmerzen von Strat... Ne, Ausmerzen von Strattholm. Doch, ist auch ein Wattel drin. Da hat mir auch noch ein Item gefehlt, eine Waffe beim Endboss. Und ich glaube, ich war da letzten Freitag. Ich habe eine Serie angefangen. Und ich glaube, ich habe eine halbe Staffel von der Serie durchgeguckt. Und nebenbei hier die Instanz gefarmt. Ausmerzen von Strattholm. Wer die Indie kennt, weiß, dass das immer ein bisschen länger dauert, wenn ich ein Event gedönse. Und ich sage es euch, ich habe den ganzen Abend diesen Kack gefarmt. Und kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, ist der Ding getroppt. Ich war da locker 6-7 Stunden drin. Also, naja. Aber das Ding hat es zum Glück der gegeben. Jetzt ist zumindest Ausmerzen von Strattholm schon mal auch raus. Ich glaube, MOP haben wir nochmal ein, zwei Items aus dem Thron des Donners bekommen. Am Neo-Zao-Tempel bin ich auch dran. Da ist ja hier diese eine Waffe. Und die bin ich letzte Woche auch echt hoch und runter gelaufen. Ich habe jetzt auf dem Endboss 130 Trice. Das klingt jetzt für eine 5-Mann-Instanz gar nicht so viel. Aber ihr müsst bedenken, im Neo-Zao-Tempel muss man jedes Mal dieses Treppen-Event spielen, was 3-4 Minuten dauert. Und da ziehen sich tatsächlich dann die Runs schon. Das habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Aber ich habe es extra so gemacht, weil ich da ja eh für den Dolch durch muss, dass ich mit allen verschiedenen Rüstungsklassen quasi das probiert habe, wo ich halt auch den Dolch tragen kann. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Moment, ich muss jetzt alle Klassen reinmachen. Ah, jetzt seht ihr das nicht, weil ich dieses Add-on mit den Haken hier gerade nicht dran habe. Das habe ich jetzt beim Main gerade ausgemacht. Aber wenn wir hier drüber fahren, ich habe alle Items, die man mit allen Rüstungsklassen kriegen kann in dem Dungeon, bis auf den Dolch. Der wollte halt immer noch nicht. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter farmen. Mal gucken, ob ich den da noch kriege. Das ist halt das letzte 5-Mann-Dungeon-Gedöns, was man Hardcore farmen kann in MOP. Den Sholo-Stab, den kannst du ja leider nur im HC machen. Also einmal pro Tag pro Jar und dann farme ich ja nur mit dem Main. Dann habe ich mir auch ein paar Umhänge aus dem High Mall gekauft, also aus dem Hoffels. Die sind ja auch immer relativ teuer. Ihr seht hier 200k, 200k, 128k, die NHC-Umhänge. Ich habe mir die aus dem Mythic und aus dem HC alle aufgekauft gehabt. Und dann nochmal einen aus dem NHC waren es, glaube ich. Also jetzt fehlen mir nur noch drei NHC-Umhänge. Mal gucken. Ich hätte mir die NHC-Dinger auch noch holen können, aber ich hatte so ein bisschen die Problematik, dass auf den Servern, wo die NHC-Umhänge drin waren, ich keinen gefunden habe, der mehr Gold auf einem anderen Server tauscht. Ich habe da so einen Discord, wie Market heißt es, und da gucke ich halt immer, dass ich da quasi, wen findet der mehr da quasi das Gold rüber tauscht. Genau, und in Legion, ich bin jetzt gerade im Überlegen, ich meine, ich weiß gar nicht, hatte ich das letzte Woche schon an Toros, ich habe da nochmal einen Teil, glaube ich, aus dem LFR bekommen gehabt. Und aus den Villettenfestungen, naja, das will im Moment leider noch nicht so ganz. Zusätzlich habe ich da noch ein bisschen was im Account-Modus gefarmt. Das können wir uns dann aber gleich noch anschauen. Jetzt würde ich erstmal sagen, ich bin hier nicht ohne Grund in MOP, denn es ist so, dass jetzt auch bei Mist of Pandaria, hier bei den Weltbossen, unter anderem Nalak drin ist, und da sind ein paar Umhänge drin, und die will ich da rauskriegen. Und dann dachte ich mir, komm, die letzten Male hatte ich mir auch schon ein paar PvP-Sachen gekauft, kaufen wir uns halt die restlichen zwei Transmog-Teile hier in MOP, dass wir die schon mal weg haben. Und das sind hier für ein Druid 33 Teile. Ich habe hier bloß ein bisschen einen kleinen Struggle, die NPCs zu sehen. Seht ihr, da ist ein Phasing-Bug. Hier so ist, sehe ich sie, laufen einen Schritt weiter, sind sie weg. Also ich muss jetzt mich da langsam ranpürschen, um die Items kaufen zu können. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist natürlich jetzt blöd, dass ich das eine Add-on aus habe, wo ich sehe, ich habe irgend so ein T-Mock-Add-on ausgemacht anscheinend. Und, ah, guck mal, das brauchen wir. Ich habe nämlich da, ähm, verschiedene Add-ons drauf, Kenai Moggit, Moggit und so. Und anscheinend habe ich irgendeines ausgemacht. Und jetzt wird mir das nicht mehr auf den Sachen angezeigt, was ein bisschen blöd ist, tatsächlich. So, das waren alle Umhänge. Muss ich dann bloß eine Art alle anlegen. Hallo? So, brauche ich bei dem was? Ja, da brauche ich auch noch ein paar Teile brauchen. Oh, das sind wahrscheinlich, äh, das sind immer die Non-Set-Sachen, ne? Die habe ich mir damals, äh, nicht geholt, tatsächlich. Hier noch. Gelenke. Bop, 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 bop. Das kostet mich jetzt halt ein paar Marken, ne? Aber das ist jetzt sonderlich teuer. Ich habe das letzte Mal um die 400 Marken ausgegeben, sogar einen Ticken mehr als 400. Ähm, da mir noch, äh, teilweise Waffentokens in Wattli gefehlt haben. Und, warte mal, hier habe ich jetzt irgendeines, habe ich anscheinend, äh, übersehen. Äh, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Ich muss mit Main, ähm, ein paar Add-ons mal ausmachen. Und da habe ich jetzt mal alles ausgemacht, was nicht unbedingt, äh, essentiell notwendig ist. Weil ich konnte auf den Char nicht mehr einloggen, da bugt was. Eigentlich sollte ich mir wahrscheinlich meinen PC mal neu machen, aber, ja, das ist Aufwand und ich versuche mich für Aufwand immer so ein bisschen zu drücken, ne? Und dann kann ich wahrscheinlich einen Tag halt auch nichts machen und das würde mich ein bisschen nerven, tatsächlich. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Aber, ja, wahrscheinlich komme ich jetzt dann bald nicht mehr drumrum. So, nee, da fehlen mir noch zwei Sachen. Ah, schau mal, die Schuhe und wahrscheinlich die Handgelenke, oder? Nee. Och, ah, hier das Ding. Okay, den haben wir auch. Da fehlen mir noch was. Muss ich mir den Gnom nur ranpürschen. Ach, schau mal, da kann man... Ah, lol, für zwei Ehrenabzeichen kann man sich einen Harmoniepartikel kaufen. Ich dachte mir gerade, da kann man die Ehrenabzeichen zu Gold machen, ne? So ein, äh, also, ne? Kein Partikel, sondern so ein Geisharmonie, wie das Ding heißt, kostet vielleicht 100, 200 Gold auf den meisten Servern, ne? Du brauchst zehn Partikel für ein Ding, also bräuchtest du 20 von den Ehrenabzeichen, um ein einziges, um ein einziges Harmonie-Ding zu kriegen, was vielleicht 150 Gold wert ist. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Also, wenn du wirklich eine geiste Harmonie kriegen würdest, dann könntest du sagen, okay, wenn ich die Dinger für nichts anderes mehr brauche, ne? Aber so ist es ja komplett wasted. So, haben wir alles. Ja, da haben wir auch 100%. Das ist so dumm, ne? Dass die da so weggefaced sind. Der hat auch 100. Ich glaube, wir haben alles, oder? Schauen wir mal. Ne, irgendeiner fehlt noch. Den haben wir. Den haben wir. Hä? Ich hab halt alle. Also, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Da steht überall 100% dran, aber anscheinend brauche ich hier nur welche. Ähm. Wisst ihr was? Ich lege das jetzt mal alles an. Dass es auch wirklich gespeichert ist. Ich weiß, man kann die Dinger auch als Favorit setzen. Aber... Ich find das Anlegen ist eigentlich ne... ne ganz schnelle Sache. Ich muss dann bloß schauen, dass ich nachher mein Main-Gee wieder anleg, ne? Nicht, dass wir das verticken. Das wäre nämlich eher ungünstig, tatsächlich. Da. Ja. Ja. Danach können wir dann schon mal die Werte eintragen, beziehungsweise wir müssen da noch im Account-Modus gucken. Und, ähm... Das hier ist als Unterallianz gelistet, ne? Wahrscheinlich ist da wieder bei der Horden-Seite wieder was anderes. Irgendwann an. Irgendwann fehlt noch. Den Gürtel. War alles, oder? 250. Ich glaub, es sieht gut aus. Die Sachen können wir dann wieder verkaufen. Such dir was Bestimmtes. Mal gleich einen T-Mock verlieren, dann wissen wir, dass wir was falsch gemacht haben. Darf mein Main-Gear nicht verticken, ne? Meine... Das letzte Mal hat die Gegenstandswiederherrschung nämlich gebackt. Dann renne ich mit irgendeinem Low-Gear rum. Gut, also anscheinend fehlen mir jetzt hier noch zwei Typen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das ehrlich gesagt herkrieg. Knallack und vom Tier 3... Also das ist jetzt Tier 13 und 14 fehlt mir hier, ne? Da muss ich jetzt mal schauen, wer das verkauft. Der hat 14, also eigentlich müsste das der haben. Der hat das dabei haben, aber den... Wahrscheinlich verkaufen die beide das 14er-Set, oder? Ne, der hat 15... Vielleicht sind hier nochmal NPCs drin, die ich nicht sehe. Der andere Spieler, der Face da auch weg. Es kann halt auch sein, dass es noch falsch gelistet ist tatsächlich. Denn es gibt auch eine neue Version von All the Things. Da können wir nachher auch mal reingucken. Und zwar halt... Ah, schaut dann. Hier gibt es jetzt quasi eine neue Version, wo die Sachen ein bisschen aufgehübscht haben. Mittlerweile hast du jetzt nicht mehr die Unterscheidung zwischen quasi Unique und... Ich weiß gar nicht, wie das andere wieder hieß. Also die Modes kannst du dann nicht mehr umschalten. Jetzt hast du das quasi da, wenn du unter Vorlagen gehst. Und dann kannst du Source und Non-Source quasi einschalten. Also es ist das gleiche wie der Unique und der Kompletist-Modus. Genau so hieß Kompletist-Modus. Aber die anderen Sachen sind fast alle dieselben geblieben. Aber es sind hier ein Haufen neue Sachen reingekommen. Weil jetzt ja mit Patch 9.15 auch ein Haufen Erbstück-Upgrades und viele andere Sachen mit reingekommen sind. Und ja, da ist wieder ein ganzer Schwung neuer Stuff mit drin. Ähm, ja. Hier haben die auch ein paar Sachen geändert. Aber ich glaube, das wollen wir uns jetzt mal nicht im Detail angucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal noch in den Account-Modus. Halt, ach, warte mal. Ich musste das Ding noch reinschreiben, ne? Ähm. Rückswitchen. Ich hatte das noch nicht in die Tabelle eingefügt. Warte mal. Jetzt muss ich, glaube ich, hier einmal... Switchen. Source und zurück. Ja, okay. Dann tun wir das jetzt mal kurz in die Tabelle eintragen. Also das sind einmal 1660. Und dann haben wir... 97,87%. Gut, dann gehen wir einmal in den Account-Modus. Und da sind wir jetzt bei 53.074. Und das sind 69,08%. Gut. So, also, warte mal. Ich fahre jetzt mal die Tabelle hier ein bisschen runter. Ähm, hier haben wir tatsächlich 10 Items, ähm, nur Plus gemacht. Liegt aber dran, weil, ähm, ja, jetzt mit einem Patchen Haufen dazugekommen sind. Eh gut, dass wir trotzdem ein paar Items wegbekommen haben, ne? Obwohl da nochmal, weiß ich nicht, 100 Items oder so draufgekommen sind. Das war jetzt aber auch ein Teil dieser PvP-Sachen, die ich mir eben geholt habe. Und, ähm, Account-Modus sind es wesentlich mehr. Ihr seht, knappe 1000 Sachen. Ähm, das liegt so ein bisschen dran. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen auf den verschiedenen anderen Rüstungsklassen geholt. Und dementsprechend, ähm, haben wir da einige mehr rausbekommen. Vor allem, was ich gefarmt habe, was ich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen will. Ähm, das ist einmal bei... Jetzt muss ich bloß gucken. Das muss bei Events oder irgendwo drin sein, Weltereignisse. Ne, Festtage. Ne, nicht Festtage. Doch, Festtage ist es. Beim Dunkelmond-Jahrmarkt, wenn wir hier bei Verkäufer reingehen, ähm, habe ich mir einige von den Sets gekauft. Ne, da gibt es zwei Händler, die haben für jede Klasse aus Classic jeweils ein Set. Also beide Händler. Das sind, glaube ich, die T0,5 Sets sind das. Die sind halt rausgenommen und die konnte man sich halt jetzt im Dunkelmond-Jahrmarkt noch kaufen. Und hier habe ich mir mit den ganzen verschiedenen Twings die ganzen, ähm, Items geholt. Hat mich, äh, einige hunderttausend Gold gekostet. Also es war tatsächlich nicht sonderlich günstig. Ähm, bin auch noch nicht ganz fertig. Mir hatten noch, ähm, 110 Items gefehlt. Und da habe ich einige Male die Runde gedreht. Halt diese verschiedenen Items aus dem Haar gekauft, die man sich, ähm, holen kann, um die beim Dunkelmond-Jahrmarkt zu geben. Beziehungsweise dann auch, äh, diese Fische, wo man diese Karte kaufen kann. Aber da werde ich wahrscheinlich auch nochmal so ein Waste-of-Money-Video machen, wo ich da ein bisschen genauer das zeige. Genau, und ein bisschen was fehlt mir noch. Dunkelmond-Jahrmarkt ist jetzt noch ein paar Tage. Bis Samstag kann ich den machen. Mal gucken, da versuche ich dann nochmal, äh, die restlichen auch zu holen. Genau, also da sind halt auf jeden Fall auch schon einige Items raus. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gucken wir noch eins nach. Und zwar, ähm, einmal Inschriftenkunde müssen wir noch gucken. Und die Ehrenabzeichen. Und zwar, ähm, muss ich mal schauen, hier müssten wir jetzt im Account-Mode, da müssen wir nämlich nicht auf den Priester umloggen, ähm, bei den Berufen schauen, und zwar Inschriftenkunde. Hier unten haben wir es. Da habe ich mir noch ein paar Rezepte geholt. Und wir hatten nämlich das letzte Mal noch, ähm, noch einige gefehlt gehabt. Ähm, auch im Classic, Bessie und so. Die habe ich mittlerweile alle geholt. Jetzt habe ich hier noch eine Quest in, ähm, Pataklism durch, die ich nur mit Inschriftenkunde machen kann. Die muss ich noch machen, genau. Und dann war ich ja bei MOP stehen geblieben. Da hatten wir ja auch fünf Quests gefehlt. Mir ist dann aufgefallen, dass die Quests tatsächlich, ähm, ja, eine Weekly-Geschichte sind. Die werde ich wahrscheinlich nachher nochmal machen können. Also da muss ich mal schauen. Und da gibt es dann immer quasi ein Rezept wöchentlich. Oder man hat zumindest eine Chance, ne. Ich muss mal schauen, ob das RNG ist. Letzte Woche hatte ich die dann einmal gemacht. Die ist einfach im Jade-Tempel. Oder im Jade-Wald. Halt, wir sind ja schon in MOP. Hier, hier oben ist das, glaube ich, genau auf der Insel. Da kann man, muss man dann ein paar Sachen abgeben. Und dann kriegt man, also ich habe zumindest letzte Woche da eins, äh, bekommen von den Geschichten. Und dann musste ich halt jetzt eine Woche warten. Muss ich die Woche mal gucken, ob ich da die anderen noch, ähm, erhalten kann. Genau. Dann habe ich hier so ein bisschen der Verhehrten Küste weitergemacht. Äh, habe mir alle möglichen Rezepte geholt. Habe die kompletten Quests gemacht. In Legion ist es nämlich so, muss man für die Berufe blöderweise immer lange Quests reinmachen, um die Rezepte zu kriegen. Und, ähm, da habe ich schon mal einiges angefangen. Jetzt fehlen mir aber halt noch das ein oder andere, äh, vor allem die Vanthus-Runen in den Raids, ne. Da muss ich halt blöderweise jeden Raid-Boss da einmal umklopfen, dass ich die ganzen Vanthus-Runen-Geschichten kriege. Und das wird dann noch ein bisschen mehr Arbeit. Aber da werde ich den Priester erstmal wahrscheinlich auf Max-Level spielen, um da ein bisschen weiterzumachen. Genau. Also Rezepte haben wir auch ein paar Plus gemacht. So. Jetzt können wir auch kurz oben in die Tabelle reingucken. Ähm, wir waren beim Complete-Tist-Score, haben wir 1253 Punkte Plus gemacht. Die Chiefments 10. Das ist wahrscheinlich, ähm, Hier erreicht Ruhmstufe 80, was man jetzt ab einem Patch sich holen kann, ne. Das liegt wahrscheinlich daran. Dann, ähm, Heldentaten habe ich zwei gekriegt. Ich habe keine Ahnung, welche Heldentaten ich bekommen habe. Wahrscheinlich auch mit einem Patch. Einen Mount haben wir bekommen. Ich habe mir vorher gerade das Katzen-Mount gekauft, aber das ist hier noch gar nicht drin. Also ich weiß auch nicht, was das eine Mount mehr ist. Weil das Katzen-Mount müsste dann danach noch dazu kommen. Ähm, Titel haben wir irgendwie einen verloren. Das verstehe ich jetzt irgendwie auch wieder nicht. Wahrscheinlich wieder wegen Covernance, dass das wieder rumspinnt, ne. Reputations habe ich eine dazu bekommen, wo ich mit meinem Horden-Char, Nier-Zau-Tempel, gefarmt habe. Habe ich die letzte von den Horden-Grundfraktionen bekommen. Also hier, äh, diese Pandaren-Fraktionen, ne. Hulun, oder wie die auch immer heißen. Dann Rezepte 81 haben wir dazu gekriegt. Das sind unter anderem die Inschriftenkundegeschichten. Beziehungsweise ich mache hier daily mit meinem Schneider quasi, ähm, die Rezeptgeschichten und mit meinem Juve und so weiter, ne. Also da kriege ich halt auch immer neue Rezepte. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Quests haben wir sieben bekommen. Keine Ahnung, was ich für Quests gemacht habe. Vielleicht mit meinem Horden-Char, ne. Appearance 243. Dann Oldscore. Ich habe ein paar Level tatsächlich bekommen. Wegen den ganzen Dunkelmond-Jahrmarktszeug, was ich abgegeben habe, ne. Hat tatsächlich auch ein bisschen was in Level gebracht. Honor-Level haben wir zehn letzte Woche gemacht. Und ehrenhafte Kills quasi 2K. Genau. So viel, so viel dazu. So. Ähm, jetzt wollte ich noch gucken. Achso, im Inschriften, im Rezepte waren es ja dann 242, was gefehlt haben. Und jetzt sind noch offen 205. Also ihr seht, ich habe bei den 80 Rezepten, die ich plus bekommen habe, waren es nicht nur Inschriftenkunderezepte, sondern halt auch von den anderen Klassen ein wenig. Was ich kaufe mir auch, äh, Rezepte im Auktionshaus, ne. Immer wenn die günstig drin sind, kaufe ich ein paar raus. Gut, so viel dazu. Jetzt wollte ich noch eine andere Geschichte gucken. Und es ist nämlich die Woche, ist das Brawl, das Kinderspiel. Und dann kann man sehr gute Ehrenabzeichen farmen, da man erstmal für eine Quest Ehrenabzeichen bekommt. Dann jedes Mal, wenn man das Ding gewinnt, und das gewinnst du halt immer, teilweise in unter 5 Minuten, wenn es gut läuft, ne. Und, ähm, dann bekommst du noch Ehre. Und zwar gar nicht schlecht Ehre für die Zeit, wo du da drin bist, ne. Und da will ich die Woche durchziehen, ordentlich Ehrenabzeichen farmen. Und mit meinem Hordenschar, ähm, bin ich auch dran, den Ruf von dem, von der Rati-Fraktion auf der Hordenseite zu farmen, dass ich den auch quasi abgeschlossen habe. Mittlerweile, ich bin schon so respektvoll nach einem Tag, wo, wo ich die, das Brawl-Ding durchziehe. Also das wird, denke ich mal, locker auf R-Fittich rausgehen. Und da will ich jetzt so ein bisschen gucken, wie viele Ehrenabzeichen ich overall, ähm, gefarmt kriege. Und letzte Woche, ich habe nochmal ein Video nachgeguckt, hatte ich 577 mit dem Main im Momentar, plus 3K waren es, glaube ich, oder? Nein, es sind, glaube ich, ach, Mist, ich habe das Add-on ausgemacht, nur, dass ich das Ding sehe. Ähm, aber 3K auf der Bank heißt, ähm, ja, da haben wir, äh, auf jeden Fall einige noch rumliegen. Also hatte ich das letzte Mal 3.577. Jetzt habe ich über die Woche 200 mit den Twings gemacht. Die habe ich mir schon per Post geschickt und ein paar bei dem noch bekommen. Also 300, äh, 3.810 haben wir overall jetzt hier auf dem Main. Das kann ich mir gleich mal noch, ähm, notieren. Hier hatten wir, glaube ich, 205 noch über. Und da 3.810. Und mal gucken, was ich jetzt nach einer Woche, wenn ich die, ähm, das Kinderspielevent durchziehe, was ich da quasi an Marken kriege. Ich meine zwar, dass beim letzten Mal, als das Kinderspielevent ab war, dass man pro gewonnenes BG die Ehre und zwei Abzeichen bekommen hat und man, glaube ich, jetzt nur noch eins kriegt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass es das letzte Mal nur eins bekommen hat, ne? Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Abzeichen plus machen und, ja, gucken wir mal, was dann overall rumkommt an Abzeichen. Gut, dann sind wir eigentlich hier schon wieder am Ende von dem kleinen Collection-Update. Ähm, Ich denke mal, das nächste Mal werden wir uns das hier vielleicht mal noch ein bisschen genauer angucken, ähm, da ich wahrscheinlich beim nächsten Update nicht so viele neue Items dazu kriege, weil ich versuche, mich jetzt hauptsächlich auf das Kinderspiel zu fokussieren. Das ist nämlich, glaube ich, nur alle drei Monate oder irgendwie sowas, alle drei, vier Monate, also relativ selten und da versuche ich jetzt möglichst viele Abzeichen noch zu kriegen. Und dann können wir jetzt vielleicht demnächst mal ein größeres Opening machen, auch mit den anderen Klassen und mal, ich wollte ja zweimal 2000 Ehrenabzeichen raushauen. Ich denke mal, die müssten wir auf jeden Fall zusammenkriegen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem kleinen Collection-Update. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn ich wieder ein bisschen was gefarmt habe. Euer Tela, bis dann, äh, tschau.